Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute meinen Reiterplatz. Schreibt einfach in die Kommentare, ob es euch dann gefällt oder nicht. Dann können wir beginnen. Also hier sind bei mir die ganzen Stähle, also der Stahl von dem Pferd. Hier ist bei mir das Draußengehege. Natürlich gehört das Pferd hier zu dem Stahl. Und ja, da drüben, da fehlt die Mutti. Die ist hier. Und da ist die Kleopatra. Und ja, das ist hier der Stahlmahl. Oh, und hier ist das Draußengehege bei denen. Hier liegt das ganze Futter von mir. Er ist ein bisschen durcheinander, aber egal. Hier ist bei mir der Striegelplatz. Hier liegen alle Striegelzeug da hinten. Also hier. Ähm, ja. Und da sind alle Satteln. Und da alle Zügel. Hier sind bei mir alle Hunde. Natürlich habe ich eine Menge, also jetzt nicht natürlich, sondern ich habe hier eine Menge Hunde. Zum Geburtstag bekommen. Und da drüben ist der Hundeplatz, da wo die Hunde schlafen. Und ja. Da drin sind die Hühner. Oben drüber natürlich die Katzen. Und da die, naja, so Bäuerin sozusagen, die dazugehört. Und sammelt da immer Eier ein. So, zuletzt haben wir hier den Pferde, also die Koppel. Ich habe da jetzt einfach noch ein paar Pferde reingestopft. Und da ist das Auto nun sozusagen bei mir an der Seite immer. So. Hat euch das Video gefallen? Einmal noch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich für Videos noch machen soll. Von Schleich natürlich. Ich liebe Schleich. Ich sammle Schleich. Und dann, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.